Meine Lieben, eine Botschaft von Erzengel Michael möchte uns erreichen. Es ist an der Zeit, diese negative Situation zu verlassen. Erzengel Michael, auf welche Aspekte meines Lebens muss ich mich jetzt stärker fokussieren? Danke, dass du mir hilfst, deine Antworten zu hören und für den Mut, den du mir gibst, um positive Änderungen in meinem Leben vorzunehmen. Das wäre das Gebet dazu. Alles Liebe, alles Gute.